Ratten, die nicht freiwillig gehen, tötet man. Einfach auslöschen das Gesindel. Färmig. Der geplante Tod. Sprengen. Sprengen. The Riffs 2. Flucht aus der Bronze. Eine gnadenlose Vernichtungsmaschinerie wird von skrupellosen Politikern gegen die Bewohner der Bronze eingesetzt, um sie zu vertreiben. Eine teuflische Jagd. Kommt doch, ihr Schweine! The Riffs 2. Flucht aus der Bronze. Wenn Gewalt gesetzt wird. Los, weg, raus! Das ist eine Falle! De Paolo! Ah! Oh! Ah! Der Riffs zwei. Flucht aus der Bronze. Durch die Stadt fährt er tot und niemand entkommt ihn. The Riffs zwei. Flucht aus der Bronze. Flucht aus der Bronze. Flucht aus der Bronze. Vielen Dank.